Das Elite-Model Julia Sahner ist zu dick. Das behauptet zumindest ihre Agentur. Was lächerlich mal klingt, ist in der Modelwelt knallhart die Realität. Die schöne Berner hat sich während der Maturprüfungen mehr auf die Lehre als auf die Ernährung konzentriert. Im September will die Topmodel Pariser Laufstage erobern und muss jetzt ihren Körper wieder auf Modelmasse trimmen. Der kritische Blick in Spiegelt gehört jetzt zum Job. 80, 61, 90. Mit diesem Mass hat Julia Sahner in China letztes Jahr den Titel vom Elite-Model geholt. Jetzt sind es ein paar Zentimeter mehr. Darum trainiert Julia Sahner täglich. Mein Ziel ist, wieder in Form zu kommen für Paris. Ich habe es vernachlässigt, während der Prima im letzten Jahr von GYMIR weniger Sport machen konnte und auch weniger geachtet auf die Ernährung. Da bin ich voll drauf am Schauen und jetzt eben auch mit dem Hüftumfang an. Damit sie es schafft, hilft ihr der Erik Peitzürcher. Er trainiert sonst Profifussballer vom FC Thun. Julia Sahner braucht zwar keinen Fussballerwadli, doch beim Training sieht der Coach Parallelen. Vom Aufwand her ähnlich wie im Spitzensport. Sie trainiert aber vor allem hauptsächlich Haustür. Bei ihr geht es nicht darum, dass sie Muskeln aufbauen, sondern dass sie einfach die Figur verändern kann, dass sie nicht so fest muskulös ist. Auch die Ernährung bespricht Julia Sahner mit ihrem Trainer. Wir haben es so gemacht, dass sie nur noch dreimal am Tag isst, dazwischen nicht mehr isst. Dann können wir die Pfefferbrändung noch mehr aktivieren. Und es ist auch so, dass sie bloße Sachen nicht anfassen, die die allgemeine Bevölkerung isst. Aber Opfer bringen ist nicht Opfer sein. Kohlenhydrate wie Pasta und Reis sind tabu. Auch Süßigkeiten gibt es keine mehr. Doch Julia Sahner sieht das als Teil vom Job. Jetzt geht es wirklich voll beruflich ins Modell. Und im Modell ist es so, dass eben das Kapital ist, der Körper. Und da ist natürlich klar, dass wir jetzt auch Druck verspürten, nicht nur von der Agentur, sondern allgemein vom ganzen Business. Und wir sehen ja Konkurrenz, wie schlank und rank sie sind. Also macht man sich selber oder nimmt auch den Druck einfach. Ja, jetzt wirst du auch ein bisschen schlank. Jetzt läuft sie noch dreimal in der Woche auf dem Fitnessgerät. Anfang September rennt sie dann zu Paris von einem Casting zum anderen. Und das mit einem konkreten Ziel. Also wenn ich in die eigene drange Schau durfte laufen für eine Fashion Week, dann wäre das schon recht cool. Man würde dann auch sagen, dass es für meine Arbeit gelohnt hätte. Ich hoffe doch schwer, dass es jetzt gelohnt hätte.